k und herzlich willkommen zuletzt pläume und aufzumachen ob es ein und wohlgemahnte Karriere ich bin die Frauen machen kein Team nun zwar nur ich bin in zwei Blades ich bin auch ein Wacke guter Menschheit hat hier für den Arsch also ihr wisst das Geld bin ich ich bin Ultra ich habe mir gekauft ziemlich guter die 10 Euro für immer im Perfekt gegen heißt ja anders als auf gewissen anderen Server der Falle und das dort der beiden Böse vorbeigern und die Band ist gleich er hat den ersten er hat den zweiten und du bist gestorben den Exklusions getroffen so weiter die können ja gar nichts zu machen ist der AFK nur zu sehen jetzt bewegt er sich jetzt bringt er sich vorbeugt die Team machen du weißt ja nicht immer so er kommt nach oben flogen sehe ich weil ich kann hinterher mit meinem hat und kannst auch hinterher ich war dann du begreift mich an wenn ich habe es dafür du bist du kumpelblase und jetzt greift mich der rote meint er das ist er gestorben das ist natürlich nicht so schön aber egal weil kumpelblase nicht angegriffen hat ja weil kumpelblase nicht getötet hat um genau zu sein kumpelblase und der rote er setzt die toilette ist nicht nett von ihm die ganze Zeit für alle die nicht früher gerne Sponsport geguckt haben war dieser Satz jetzt sehr strange oder egal die blase in den Kumpel ich bin ich für einfach was für ein krasser Kampf gegen die unglaublich der Blaster schreibt ihm Punktstrich dann rast sich immer aus als ob das schreibt sich schon tot so äh und erkenne ich nicht an und du will noch das kaputt wenn du will kaputt gemacht Ende doch man muss das Geld dafür aber das hat sich schon die letzten auch kumpelblase vor allem das ist eine Schauspiel der der äh nicht so dumm ist wie ein normales Skiletten Mannschaften der erste der Typen der auch die Städte schießt der die das war jetzt um die vierte Skilent gewissermaßen fehlend um gewissermaßen ich hasse deinen Duwels weißt du das ich habe mein Duwels kleiner Ultra User Pay2Win das ist ausbalanciert was wir schon spielen können dabei bleibe ich getötet die spreche meiner klasse ausgenutzt sein klasse ich hasse dich jetzt regeln das schneller leben als ich das ist miese was aber ich habe mich an ihm selber geschadet so machen kann kommen die lase ich töte scheiße weil ich lowlife war und da kommt mein schädel schaden macht er dieses wo ist das gelächter ist so viel mehr normalen endermen sollte eigentlich endermen ist stark jetzt habe ich kurz den kompass ausgerüstet so macht man es verfolgt man Google ja sich an drei Ersangreifen das Jahr hat und das Gelächter sollte wir uns bei der nächsten Runde es werden wahrscheinlich drei Runden sein wenn ich sogar mehr müssen hallo und froh wo kommen zu der zweiten Runde von Minecraft zum Schmutz da wo man es geht es muss und ob der Wester war verdammte ich vielleicht zu sagen im Platz und die kann sich mit dem bisschen wieder und ich werde anzünden hier fernspinne und sich gut welche die da ein historisch ist bei der Spinne erste zwei Spinnen also ich bin beides wäre richtig gut ich glaube sie sind ein Team oder so stürzt wenn er hat die Spinnung und jetzt kommt es gestorben Jokio blablabla wo ist ich wollte es versplatt haben aber jetzt machte ich aber zu Kackspinne jetzt bin ich von die Hunden ich bin unfairer Worte niemals wenn ich dir die Kälte ich habe versehen nicht mal bin hier runtergefallen und dann ist es nicht wenn ich meine jetzt sind hier beide spinnen soll erst mal angreifen ja eines dauernd sehr schön die andere bin ich glaube ich wo ist die es sind viele Leute die ja so viel ich bin hier aber ich hätte das Bild hat ja ich habe keine Axt verspinnen und gedauert aber ich habe Angst verspinnen die Giftpfeile schießen stirb später wie ich einfach die ganze Zeit rumlegel vorsichtig von angewalzt scheiße die Spinner hat mich runtergehauen ich habe mein Leben verloren ich kann das Ende von der Spinnung runtergehauen werden es ist es ist ich weiß auch nicht wie das passiert ist aber auf jeden Fall habe ich mich geflasht und dann hat sich in einem Hit im Flash getroffen jetzt ich bin ein Wettbesuch die Wand durch zu klettern die das sind das ist noch ein bisschen wenn sie niemand hätte wo auch man ich hasse dich ich bin der Fakt mir abgestattet wird es immer nur hochklettert was man will sich erst das klettern auf wenn ich bin ich spiele also wir haben ja auch immer bei sie haben muss halt springen und dann steuern drücken und dann immer sie untergekommen hast du oder einigen anbieter ob jetzt nicht im Ernst doch die Konkurrenze ein Flash hoch ist es überwäsche hoch scheiß ich komme ja ich hab sie runtergenommen das ist ein zweikämpfisch bin oder was die anderen ein ich hab sie eigentlich runtergehauen und jetzt stirbt sie so schnell der reihe die Anstattung abzielt auch für so wieder und die Begriffe übernimmt ich bin super ja ich weiß es ist eben so zu tun zu passen oder das ist einfach nicht runtergehalten gefallen das ist auch ein solcher Türiung er wird müssen sie sich in dachte so oft ab gegner Prozent Böhm baby Böhm hören beim Baby die zweite aber auch kann ich blinken sich aktivieren Alter vielleicht klingt geiler ich sag jetzt einfach flash jetzt kann ich aktivieren du bist so langsam fliegt so einstensches die töten ich bin hier ein bisschen langweilige musik ja das war jetzt auf jeden Fall beste Aktion die springt einfach in den Abgrundflächen wenn wir jetzt auch weniger Leben haben im Fight gegen dich ja auch sehr spannend sein weil weniger Leben ist ja immer blick dich in den Block direkt vor dir rein die Devise nein ich will nicht sterben obwohl doch käme ich what the fuck wie wenig Leben hattest du äh eins der ist regeneriert ja nicht so fast gar nicht der de Babo Torea ist doppelt so viel wie ich und bist dann in der Relation schwach warte mal der Lobby wurde nicht aufgenommen ne nö nö gut das heißt ich muss jetzt noch mal hier Abos abgreifen youtube-slash-kekshoch-tv morgen Kanaleröffnung äh du willst du meinst heute das Video kommt heute online stimmt das Video kommt heute online irgendwie ist logisch ich denke nicht so mein Fall m also nur gesteckt ist auch nicht mein Fall was ich bin mir jetzt auch im Fall jetzt bei der nächsten Uhr gleich schon wieder wahrscheinlich spielst du und das ist ja bei Eisenbohlen allusion die sind wir wieder jetzt bin ich nicht mehr der Günther und mich die Blaise mal wieder weil ich wollte heute gar keinen Bock auf Enderman weil Blaise schnell rennen kann deine Blaise ist Günther mein Blaise ist Günther ja aber man heißt ich wollte immer schon ein Blaise mit den Namen Günther haben die Haustier Günther nennen sollen verdammt ich habe jetzt beides kaufen können Mensch bist du dumm was kostet das überhaupt oder können das nur Ultra nein das können alle kaufen ich habe eins für 3.000 Gäste gekauft für 5.000 Gäste gekauft gegen den Eisenbohlen entschieden und für den Hundi den ja also doch was da macht man mit Ultra die Klassen wie zum Beispiel Hund Enderman die ich jetzt gekauft habe ja genau back halt rum und verrunden also die ich mir jetzt gekauft habe und kann man die bei Ultra einfach haben oder die hat man einfach in den hat bei Ultra bei Smash aufs einfach alles und das ist die wichtigste ist du bekommst du 50% mehr Games wenn du das Spiel spielst und eine Rakete ja oh ja Dogi Rakete scheiß Enderman das ist Dogi Style der wahre Dogi Style Alter nein genau solche Wortspiele möchte ich nicht hören was denn Wortspiele ich bin ein liebes Kind und ich weiß nicht was das sonst bedeuten soll Hund ist dein ja Hund ist dein halt so komm die passt wobei ich kann noch nicht mehr Englisch weißt du ich weiß auch nicht was das Skeleton das sieht doch mal aus als wollte es sterben ja Hundi mögen das kleines Skeleton du willst sterben ja du willst sterben tschüss Skeleton da ist es tot da kommt ein Enderman-Klan gelaufen die Daten der Wartel in Richtung aber so haben wir schon waren für die Rakete präsentiert und das Lärm und Schöner um die Erkrankung das man geht es gilt da haben wir sind und es sind ein Alter die Wunstreicher ist aber wir liegen ich habe am Wollstreich das war das Geld runtergeboxt in der Entgüter so warum hast du eigentlich viel leben das sollte man mal ändern den spaß wo es hier voll okay der in der mann vor und der rakete krasser scheiß ey mein drück weg so geräusche wie auch in meintrig fände getroffen und so an alle klassen und ich habe dich angezogen entschuldigen das erinnert mich an meinen kleinen Paulus holt wo weißt du denn das denn ach fuck er noch irgendwie kann man einfach so haustiere haben das geht ja nicht klar es ist ja auch weg zu rennen und wo sie und warum wird die Feierweide nicht nur mit ja das ist bei einer manchen ziemlich scheiße wo rennen weg du das Stück durchstatt das ist ein Stück er hat gepackt nicht gewöhnt weil es wahrscheinlich war ich habe genau im Moment so Prozent und der Rakete auf die gefeuert und hätte die getroffen hätte ich wieder den Kiel die Tiefel in der Linie von der Welt stimmt ja genau und wenn sie von mir weg und ich hätte dich auch stets wenn ich mit dir vorbeikommen und umgekehrt Möller wo ist der Typ jetzt er kennt irgendwo ein Kack in der Mitte bei der Peer muss Angst vor mir zu töten da ist hinter dir und das lässt sich töten muss ich will es sich so mit ihm würden und Rakete er ich greife ein steiner die aktuelle von ihm die Tüte immer weg zu Ende oder kommt das skelett vor dem habe ich bis jetzt auch wenig gehört irgendwie ne wirklich außer dass es einmal getötet habe auch schätze ich bin runtergefallen das ich kriege jetzt auf auch wenn er sich hat zu werden ja okay ich versuche was ich alles gelten so viel mal abzufangen er hat in die richtung von der Rakete und niemand wenn ich nicht nur auf mich du Arsch erneut stand da auch ich hab ihn jetzt gesmacht oder skelettlich auch einmischen ganz stark ja ha 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 block verfehlt er die Ludwig mit der Zeitung gibt es sich weg also ein kleiner Bus hier ist aber ich bin ein Ranner Klasse und hier kommt das gelten auf wird als er das kann ja gar das war auch nicht anzunehmen müssen dass er wieder die Spektik ist jetzt nicht einfach sofort das Fische überflächige werden sein ich bin ja das ist die Rolle sind so erst so langweilig ja das ist halt die kleine Runde Rakete das ist die Domi Power Alter ich hab jetzt nicht der Doppelstelle gesagt ja okay gut wenn ich es ja 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 wenn es mehr verkehrt das Lug das erinnert mich irgendwie an Assassin's Creed auch der Weg ich habe genau eine Teufelstelle den ganzen Kampf durch da heißt das heißt ich müsste doch eigentlich nur mal zu dir gehen und dich ein paar mal hauen oder Plattwalzen ja okay darauf hätte ich schon vorher kommen können aber so viel witziger sich die ganze Zeit mit den Spells abzuschießen Wunder Rakete und da ist Slam und da Rakete oh hat nicht geklappt Katja Bitch ja schöne Runde würde ich sagen ne ja ich würde ja es ist die Abschlussrunde für heute ist die dritte Vielen Dank.